Na klar! Nehmen wir mal einen noch größeren Schleim. Gigantine. Gigantine. Oder Gigaten? Keine Ahnung. 300% Ja, was euch bei diesem Kampf großartig sagen. Ihr gebt Mädchen auf die Eier. Weil das ist irgendwie so ein riesen Oktopus. Wie hier ist. Warum Oktopus? Weil er überall so eine Saugnäpfe am Körper hat. Das gefällt mir nicht. Aquagar? Ich muss hier... Ah, lustig, lustig, tralalalala. Okay. Passiert, passiert. Muss man will noch liegen können. Aber... Das will uns ja natürlich hier nicht stoppen. Ich nutze mir die Lehmann-Taktik. So. Ja, einfach mal warten. Und warte das mit Schaden. Ach cool, das ging auf alle. Aber... Hope hat am meisten bekommen. Ja, mach mal. Ich hab ein bisschen was bekommen. So. So. Ja, das macht bestimmt sehr viel Spaß mir zuzugucken. Wie ich gerade nichts mache und einfach nur warte, bis Hope uns alle hochgeboostet hat. So. Aquagar. Auf einmal nehmen wir gar nicht mehr so viel Schaden. Ich glaube, das war verkehrt. So. Jetzt wollte ich es machen. So. Und den Damage Output wieder. Und... Da muss ich es ja mal wieder sagen. Und wir knüppeln weiter und knüppeln und knüppeln. Ja, alles kaputt. Wie viel Life hat der denn? Du bist ja nicht mal ein Zwischenboss, glaube ich. Absorbiert Wasser. Führt Wasserangriff aus. Nein, wirklich. Ich schätze mal, dass du donnerst. Na, schade. Oh. Das macht er mir immer noch nicht. Okay. Dann halt nüch, mein Freund. So. Jetzt möchte ich ihn erstmal in den Schockzustand hauen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So verschwenden wir kein bisschen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass da nicht welche Blitz ist. Woah, da ist ja zu Ende. Hat Hope märts wirklich 13.000 abgezogen? höher als 9999 geht er leider nicht okay die man weiß dass öffentlich welche hat ist eigentlich gar nicht mehr so ich also ich wusste es war waren aber das meine meine maids jetzt mal mit attackieren finde ich schon mal klasse mit der richtigen im richtigen element meint natürlich attackieren tun sie die ganze zeit aber nicht mit dem richtigen element bis jetzt aber jetzt tun sie es ja anschlag wieder klar so du darfst ihn jetzt töten beziehungsweise besiegen ich weiß nicht wie das ziel ist war final fantasy und wenn sie sag ich jetzt einfach mal klick 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 schwammelschleim erhalten vitalität schärf oder vital schärf oder sowas in der richtung ein schwert und das ist was ich gerade geschickt wird es verhandelt beenden ich dann noch man ist werde damit gerechnet ich und jeder andere auch stellt euch das mal vor den habe ich gar nicht gesehen ja nur weil ich kann ich kann ja was machen ich kann jetzt zweimal ich glaube jetzt lieber beziehungsweise du machst ja ähnlich wie schaden mit mit ursprünglich akku Fertig wieder ich verstehe Nier auch hier auch Hauptsache ist schön effektive Sachen dann gibt er immer von selbst in Geist auf bring den Ding 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 so jetzt haben wir wieder dort sieht das schon aber ich mache kurz ein Schnitt bis gleich ja Mama ich bin die Beste aber Mama Halt Füßen jetzt hat sie mich völlig aus dem Tritt gebracht Prozent ja mussten wir müssen hier wenn das weiß ich noch ich meine war und immer zwei Minuten weg und ich fahre Fertig könnte ich auch aus umweg schon wieder also nicht weiter k k z nahe ich habe für die